Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC. Es gibt einiges rund um Hertha BSC zu besprechen, vor allen Dingen im Hinblick auf das Spiel am Sonntag gegen Bayern München. Ich möchte ein bisschen über unsere letzten Liste sprechen, denn die Liste wird mal wieder etwas länger. Und ich möchte so ein kleines Update zu den einzelnen Spielern geben und ich möchte danach über eine Transferne sprechen. Denn momentan sind wir laut dem Kicker an einen Spieler interessiert, der vor allen Dingen für kommenden Sommer sehr interessant werden könnte, weil er ablösefrei ist. Ich würde sagen, das schauen wir uns gleich einmal alles in Ruhe an, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir erstmal über unsere Verletzten. Und zwar gehe ich mal ein kurzes Update. Direkt mal eine schlechte Nachricht, Stefan Jontic droht auch für das Spiel gegen Bayern München komplett auszufallen. Leider ist Jontic auch heute am Mittwoch nicht in das Team-Training eingestiegen und das sieht alles nicht gut aus. Stefan Jontic ist für mich ein extrem wichtiger Spieler, was er mit dem Ball kann, was er für einen Abschuss hat und für ein besonderes Stripping. Für mich ist er eigentlich schon fast der Schlüsselspieler für die letzten vier Spiele. Er ist offensiv so ziemlich der Dreh- und Angelpunkt, wenn er spielt, aber leider verletzt er sich einfach viel zu oft. Bei Jontic ist es immer das gleiche. Er spielt ein Spiel und fehlt zwei Spiele. Danach spielt er wieder ein Spiel und fehlt danach wieder zwei Spiele. Es ist einfach unfassbar bitter. Er könnte bei uns definitiv ein Schlüsselspieler sein, aber seine Verletzungsanfälligkeit ist so schmerzvoll und wir haben nicht so wirklich einen Spieler, der ihn ersetzen kann. Wir hätten vielleicht Boetius, der eben auch jetzt lange Monate raus war und ansonsten könnten wir zum Beispiel noch Marco Richter in die zentrale Position stellen. Man merkt, dass wir vor allen Dingen im offensiven Mittelfeld und auf der störe Position nicht so wirklich Qualität haben. Und Jontic ist halt eben auch erst im Beginn. Jontic droht, wie gesagt, auszufallen, aber er ist nicht der Einzige, der möglicherweise ausfallen könnte. Auch Marta und Darlay, Marco Richter und Tolga Cigertschi haben heute nicht mit dem Team trainiert und es wäre unfassbar bitter. Marco Richter und Marta und Darlay hatten ja muskuläre Probleme, wobei es ja bei Marta und Darlay ja so aussieht, dass er vielleicht auch das Spiel gegen Stuttgart nächste Woche verpassen könnte, wollte man bei Marco Richter eigentlich hoffen, dass er für das Spiel gegen Bayern wieder fit wird. Aber auch er ist noch nicht im Team trainiert mit dabei. Tolga Cigertschi hatte ja diesen Magen-Damen-Effekt. Ich hoffe, dass er wie gesagt noch fit wird für das Spiel, aber man merkt, dass sich schon wieder einige Lücken auftun. Wir wissen ja, Marta und Darlay fehlt, Marc-Oliver Kempfix ist gepriert und ja, was soll ich sagen? Das heißt, Rochel und Durevic spielen in der Verteidigung. Boah, Rochel und Durevic gegen Bayern München in der Verteidigung. Das könnte wirklich, wirklich übel werden, denn ich finde, Rochel und Durevic haben beide weder die Qualität noch das Tempo, um wirklich irgendwie ansatzweise gegen Bayern München mitzuhalten. Zudem sind beide teilweise viel zu wild und ungestimmt und ungeschickt in der Verteidigung und es wird vielleicht eine rote Karte oder es wird garantiert eine rote Karte oder ein Elfmeter geben. Das ist einfach zuletzt viel zu schwach, was die beiden geleistet haben. Auch beide extrem stark abgebaut. Und im Mittelfeld sieht es auch nicht besser aus. Der einzig wirklich fitte zentrale Mittelfeldspieler ist ja eigentlich Luka Tussar. Ivan Sundsch ist suspendiert und Kevin Prunz-Boateng könnte die Position daneben bekleinern. Aber man merkt, wie gesagt, dass Richter, der ja zuletzt als 10er eingesetzt wurde, fehlt. Boetius, da weiß man nicht ganz, wie der Stand ist. Es könnte natürlich sein, dass Boetius wieder reindrückt, aber man merkt, dass einige Spieler, wie gesagt, momentan fehlen. Und auch in Suat Serdar fehlt er mit seiner fünften gelben Karte. Ja, ich hoffe, dass sich diese Liste zum Spiel gegen Stuttgart wieder lichtet, denn das Stuttgart-Spiel, das wird so verdammt wichtig sein. Für mich ist das Stuttgart-Spiel das Endspiel. Verlieren wir das Spiel gegen Stuttgart, war es das mit der ersten Liga. Und zwar voll und ganz für diese Saison. Das Stuttgart-Spiel, dort müssen alle Spieler 130% geben, um irgendwie dort einen Sieg zu ermöglichen. Das Ding ist das Endspiel. Bis dortin muss dann auch Marco Richter, Martin Dardai oder Jowtic langsam, aber sicher wieder wirklich fit werden. Wir brauchen dort einen kompletten Kader. Einen Kader, der auch einfach alles herausfällt. Aber wir sollten auch mal insgesamt den Vorbericht für das morgige Spiel abwarten. Das heißt, die Presskonferenz von Paul Dardai. Und falls ihr von dort nichts verpassen wollt, abonniert ganz gerne diesen Kanal, um wie gesagt nichts zu verpassen. Und liked auch ganz gerne dieses Video, sollte es euch gefallen. Und jetzt sprechen wir über die bereits eingangs erwähnte Transfer-News. Und zwar gibt es ja die ein oder andere News zu besprechen. In der Kicker-Print-Ausgabe, das heißt in der Zeitung, wurde von einem Spieler berichtet, an den Hertha BSC Interesse zeigt. Und ich denke mal, lasst uns mal ganz in Ruhe mit diesen Spielern befassen. Und zwar handelt es sich dabei um Lukas Daschner vom FC St. Pauli. Lukas Daschner ist ein 24-jähriger deutscher Mittelfeldspieler, der sowohl auf der 10er Position als auch auf der 9er Position als hängende Spitze spielen kann. Das heißt, er ist Stürmer und zentraler offensicher Mittelfeldspieler, der für mich das Symbol des, ich sage es mal so, des Hamburger Aufschwungs in der Rückrunde ist. Wir wissen ja, Fabian Hürzler, der hat ja mit dem St. Pauli wirklich eine riesen Siegeserie gestartet. Der hat 10 Siege in Folge geholt und Lukas Daschner war dabei ein unfassbar wichtiger Faktor. Momentan ist er Topscorer von St. Pauli und hat in 29 Spielen als offensicher Mittelfeldspieler und Stürmer 7 Tore und 5 Vorlagen gezählt. Vor allen Dingen in der Rückrunde hat er wirklich gute Leistungen abgeliefert. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Lukas Daschner ist ablösefrei verfügbar. Sein Vertrag läuft nämlich in diesem Jahr im Jahr 2023 aus und Hertha Bels hier zeigt Interesse und möchte ihn gerne verpflichten. Er ist wie gesagt, ich würde sagen, ein beidfüßiger Mittelfeldspieler, der vom Spielertyp, ich würde sagen, Stefan Jovetic gleicht. Ein technisch versierter Spieler mit dem Auge für den Mitspieler und eher weniger wie Kunja, sondern wirklich eher wie Jovetic. Ein Spieler, der eben auch die hängende Spitze, der sich dort beheimatet fühlt, gute Technik nachweist, einen ordentlichen Abschluss hat und vor allen Dingen mit Passspiel gut überzeugen kann. Ich finde, dass er wie gesagt einige Stärken auch im Spiel von St. Pauli immer wieder unterbringen kann. Ich habe mir ein paar Spiele von Pauli angeschaut, denn ich fand das wirklich interessant, was Fabian Hürzler mit Pauli gemacht hat. Das sieht ja wirklich in der Rückrunde überragend aus. Und den Ausstieg hat man zwar knapp verspielt, aber trotzdem waren ja die Leistungen von Pauli wirklich stark. Sie waren wirklich stark und das Team hat sich vollkommen gefangen. Und Daschner ist mir dabei auch aufgefallen. Er war wie gesagt in der Offensive so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt. Er war ein extrem wichtiger Spieler. Mit ihm, wenn er gut gespielt hat, haben auch alle anderen gut gespielt. Das Spiel von St. Pauli hat vor allen Dingen von seiner guten Form profitiert. Aber ich glaube, es gibt auch so ein, zwei Schwächen, die man einfach benennen muss. Zum einen finde ich einfach, dass er etwas inkonstant war. Also jetzt nicht sehr inkonstant wie einige unserer Spieler momentan. Aber ich finde schon, dass man auch gemerkt hat, dass er definitiv noch einige Leistungslöcher hat. Dass er ab und zu mal in ein kurzes Tief fällt und dann zwei Spiele später wieder komplett anders auftritt. Und das muss er definitiv noch ausbauen lassen. Ansonsten finde ich, muss man sich die Frage stellen, ob er bereit für die Bundesliga ist. Reicht es schon für die erste Liga? Die Frage stellt sich nicht, wenn wir absteigen, weil dann steigen wir in die zweite Liga ab. Dann brauchen wir uns diese Frage nicht stellen. Aber sollten wir den Klassenerhalt schaffen und das würde diesen Transfer deutlich realistischer machen, muss man sich fragen, ob er bereit ist für die Bundesliga. Na, wie sieht denn überhaupt die Situation aus? Zum einen muss man sagen, sind wir nicht der einzige Verein, der an Darstellung interessiert ist. Unter anderem auch der VfL Bochum. Zeigt Interesse an Lukas Daschner. Und es könnte so sein, so berichtet zumindest 90 Minuten, also beziehungsweise sie berichten nicht, sondern sie spekulieren, dass möglicherweise der Verein den Zuschlag bekommt, der den Klassenerhalt schafft. Bochum und Hertha stecken ja beide mittendrin. Bochum hat das etwas schwierigere Restprogramm. Und Hertha BSC, ja, wir stehen momentan auf Platz 18. Und es könnte wohl oder möglich so sein, dass der Verein, der im Endeffekt die Klasse hält, auch den Lukas Daschner bekommt, wenn sich nicht noch ein anderer Verein einschaltet. Aber laut dem Artikel sei es auch nicht komplett ausgeschlossen, wenn wir absteigen, dass denn der Transfer komplett unmöglich erscheint. Auch Fabian Rehse wechselt ja zu uns. Das ist ein ähnlicher Transfer, würde ich sagen. Fabian Rehse ist Schlüsselspieler bei Holstein Kiel. Und Lukas Daschner wäre dann Schlüsselspieler beim FC St. Pauli. Spiele aus der zweiten Liga, die Bock auf die Bundesliga haben, die Bock auf Hertha BSC haben. Und sowas würde ich mir einfach mehr wünschen. Spiele, die bereits ihre Leistung bewiesen haben und die vor allen Dingen in unser System passen. Wir brauchen dringend einen kreativen, offensiven Mittelfeldspieler. Ich finde, diese Saison ist das perfekte Beispiel dafür, dass du ohne einen gescheiten 10er kaum Kreativität in das Mittelfeld integrieren kannst. Ich meine, das sieht man ja perfekt. Mit Jotisch auf der 10 sieht es alles etwas besser aus, wie zum Beispiel mit unseren improvisierten Kevin Sporthang oder Marco Richter. Wenn man sich unseren Kader anschaut, dann stellt man fest, dass wir außer Boetius nicht wirklich einen 10 haben. Und dabei ist Boetius eben auch noch lange Zeit jetzt raus gewesen wegen einer Fletzung. Es ist einfach unglaublich bitter. Von daher würde ich mir diesen Transfer unfassbar gerne wünschen. Vor allen Dingen, weil Daschner eben auch noch ablösefrei ist. Und da werde ich doch immer gerne hellhörig. Wir müssen sparen, was das Zeug hält. Also wir brauchen wirklich einen riesen Spartarif, um auch noch in Zukunft unsere Wirtschaftlichkeit zu beweisen. Und ja, da wäre es natürlich ideal, wenn wir Spieler ohne Ablösung verpflichten. Das heißt, wenn wir Spieler ablösefrei verpflichten. Und da würde Luca Dasner natürlich sehr gut zu uns passen. Aber wie gesagt, auch bei diesem Transfer gibt es Konkurrenz. Bochum, die haben uns glaube ich schon im letzten Sommer mal so einen Spieler weggeschnappt, den wir auch haben wollten. Von daher mal schauen, was denn dabei rumkommt. Und wir sollten vor allen Dingen erstmal abwarten bis zum Saisonende. Wer absteigt und wer die Klasse hält. Und vielleicht wird daran die Entscheidung gemessen. Wie gesagt, auch der Kicker berichtet hier, dass möglicherweise die Entscheidung von Daschner erst nach dem Saisonende gefällt wird. Welcher Verein denn sie in Zuschlag bekommt. Oder vielleicht meldet sich noch ein komplett anderer Verein. Das geht ja beim Fußball immer super schnell. Mal gucken, was dabei rumkommt. Aber ich finde, Luca Staschner wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen für die zweite Liga. Wir brauchen aber auch in der ersten Liga einen ausgewogenen Kader. Ein Kader, der vor allen Dingen auf allen Positionen besetzt ist. Und wirklich auch variabel ist. Das war die Saison so ein riesiges Problem. Und ich würde sagen, warten wir dann erstmal die nächsten Wochen und Monate ab. Und schauen dann, was bei solchen Transfers möglich ist. Jetzt steht erstmal das Bayern-Spiel vor der Brust. Und der Abstiegskampf ist immer noch Realität. Ja, einige haben ja schon aufgegeben, wenn man hier in die Kommentare durchliest. Die zwei Liga ist ja schon garantiert. Ich sage euch was. Nach dem Bayern-Spiel haben wir zwei Direkturte Lille. Gegen Stuttgart und gegen Bochum. Wir spielen noch auswärts bei Wolfsburg und in Köln. Ja, wir haben verschiedene Rechnungen gestern im Stream gemacht. Und ganz klar festgestellt, dass mit neun Punkten der Klassenheit, sogar der direkte Klassenheit möglich ist. Das heißt, lasst uns unser Team in den letzten vier bzw. fünf Spielen komplett unterstützen und alles rausholen und hoffentlich am Ende den Klassenheit feiern. Unser Kader ist eigentlich gut genug für die Bundesliga. Und wir haben das in dieser Saison in der Hinrunde sehr oft bewiesen. Pall Dardai muss genau diese Mentalität und diese Leistungen herauskitzeln. Dann gibt es Siege gegen Bochum, gegen Stuttgart und mal gucken, gegen Köln oder Wolfsburg. Es ist Zeit wieder für ein bisschen Hoffnung, nachdem es die letzten Tage gefühlt nur Trauer bei uns gab. Und ich hoffe, dass wir mit dem Bayern-Spiel einen Schritt in die richtige Richtung machen. Übrigens auch sehr interessant, es fahren 5100 Hertha-Fans mit nach München. Geile Leistung. Ich bin auch mit dabei. Ich freue mich sehr. Morgen geht es um einen Vorbericht zum Bayern-Spiel. Falls ihr den nicht verpassen wollt, abonniert ganz gerne diesen Kanal. Alles natürlich kostenlos. Like gerne dieses Video, solltet es euch gefallen haben. Und wir sehen uns morgen zu einem neuen Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen einen traumhaften Tag. Schönen Abend euch noch. Und tschüss.